Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, also es ist so ein bisschen so. Auf der einen Seite freue ich mich vielleicht auch schon wieder voll auf Deutschland und meine Familie und Freunde zu sehen. Aber auf der anderen Seite ist es so ein komisches Gefühl hier so alles falsch hier zu lassen und so zu gehen. Aber ich bin auf jeden Fall total happy so mit der Zeit bis jetzt, weil ich einfach schon so viele schöne Erinnerungen habe. Und ja, ich hoffe, ich kann jetzt noch das Beste aus dem letzten Monat machen. Und ja, also auf jeden Fall zum Video. Ich habe mir gedacht, dass ich heute noch mal so ein bisschen durch meinen Tag mitnehme. Dann viel Spaß. Okay, also es ist jetzt kurz vor Schulbeginn. Und in Spanien kommt die Nacht eigentlich immer zu spät. Das heißt, ich bin jetzt heute die erste. Okay, also ich bin jetzt gerade auf dem Weg an der Schule. Und ja, auf jeden Fall hier links ist es einfach mal zu kurz. Und naja, gut, also ich gehe jetzt zum Mittagessen. Okay, also ich bin jetzt wieder aus der Schule zurückgekommen. Und ja, also ich gehe jetzt gleich runter zum Mittagessen mit meiner Gastin mir. Und ja, also kurz einmal zu meinem Schultag. Also es war eigentlich heute eigentlich so relativ alles normal. Wir hatten eine Arbeit in technisches Zeichnen. Und es ging eigentlich auf jeden Fall. Und sonst einfach kurz eine Sache zu meiner Schule. Und zwar, ich glaube, seit circa letzter Woche hat meine Schule die Schulklinge, also also zwischen den Fächern und am Anfang wieder am Ende geändert. Und jetzt haben wir halt statt so einem normalen Gong dingstens, wir hatten jetzt da so Lieder abgespielt. Und ja, ich finde es irgendwie voll lustig. So, es gibt einem so voll Motivation, wenn man dann so sitzt und dann kommt plötzlich so ein Lied durch die Lautsprecher. Vor allem heute, also es wechselt sich halt auch immer ab, heute hatten wir Dancing Queen. Genau. Auf jeden Fall, so viel dazu. Hi, also ich bin jetzt gerade wieder draußen und so bin ich auf dem Weg zum Sport. Ich habe heute Badminton um vier. Ich freue mich dann jetzt. Und ich nehme mich mit. Hi, also genau, ich bin jetzt gerade vom Sport wiedergekommen. Ich hatte Badminton und war eigentlich stand nice. Also so wie immer, wir haben halt gespielt eigentlich die ganze Zeit und ich werde jetzt wahrscheinlich gleich erst mal noch ein bisschen lernen. Also im Endeffekt habe ich dann jetzt auch erst mal kurz eine kurze Pause gemacht. Und zwar habe ich einfach noch ein bisschen gelesen und es gab noch Kuchen von gestern, weil gestern war der Geburtstag von meinem kleinen Gast Bruder. Auf jeden Fall, ja, ich habe auch gerade noch gelöscht, deswegen so meine Haare jetzt ein bisschen nass, weil jetzt werde ich aber wirklich anfangen dann zu lernen. Ich kann einmal kurz zeigen, was ich so jetzt machen werde. Also einmal da hinten ist meine Zudulist. Und für heute muss ich sein Projekt fertig machen über ein Buch für Spanisch. Und dann muss ich auch noch für eine Literatur-Spanischarbeit lernen. Die ist am Freitag und für morgen haben wir eine Physikarbeit. Also ich weiß nicht, ob man das gerade so gut sieht, aber es hat einfach plötzlich angefangen, richtig doll zu regnen. Und es hat auch gewittert. Also ist auf jeden Fall für die Pflanzen ganz gut, weil die letzten Wochen war es so trocken hier. Und jetzt diese Woche ist das halt irgendwie sehr komisch. So, wir haben jetzt gerade Abendbrot gegessen. Das ist jetzt irgendwie Heimweh oder so. Und ja, ich glaube, ich mache mich dann jetzt auch wettfertig und bin dann wahrscheinlich auch bald schlafen oder so. Also dann geht es anschauen. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal oder schaut gerne auch bei den anderen Videos vorbei. Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis zum nächsten Mal.